Was ist denn da oben? Wann denkst du denn da oben? Wow, es sind 70 da, nicht schlecht. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Da komm' wir mal hin da oben. Da da hin, komm' wir einfach. Die Lichtmünze. Oh, komm mal. Die Lichtmünze! Ah ja. Gottes Zorn. Und nochmal eine Eismünze! Eismünze! Sehr. Wow, das sah geil aus. Hat aber kaum Schaden. Ja, Eis macht nicht viel Schaden. Naja, sonst haben wir nicht mehr ein Verrotzen. Okay. Ah, wir können die. Doch, wir haben aber was zum Verrotzen. Hallo Gegner. Oh, ne Fisch-Extre. Yay! Pfff! Oh! Das ist schon tot. Das ist schon tot. Supi! Du 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 du. Oh Gott, noch mehr noch. So. So. So, wir liegen hier erstmal ein. So, bin ich wieder voll. So. So. So, die jetzt erstmal alle killen. So. So, das war's schon. Hey, das war's schon. Achso, das war's schon. Hoch. 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 Fünfzig. Hallo. Nein, du warst Kämzäurerin. Oh nein, Kämzäurerin. Poto, Poto, Poto. Äh, Poto. Wir kommen jetzt auf Popo. Poto! He. Oh Mann. So, komm, stirb. Ja. Njam, njam, njam. Äh. Noch ein bisschen Tillkreis, trotzdem. Was geht hier? Jetzt ist natürlich die gute Frage. Gehen wir erstmal um, oder gehen wir erstmal unten? Äh. Was willst du? Was möchtest du? Gehen wir erstmal um. So. Ich will mal ne zünftsche Polette. Polette. Und ne Minusklaue. Und ne Vogelklaue. Und ne Vogelklaue. Und ne Vogelklaue. Alles raus, was wir haben. Ja. Alles raus, trotzdem. Es geht. Da haben wir doch ganz nie los. Oh, oh, oh. Und ne Kiste, die ich mal aufschüttel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh ja, auch fast dauerts Bambung, ey. Naja. Apropos. Und ne Foto. Polettenkralle. Apropos. Apropos. Oh ja. Äh, äh. Noch eins. Warte mal. Es gibt immer ein bisschen Apropos. Ding. Okay. Danke. Apropos. Oh. Danke. Wir sehen aber auch nicht so. Erdattribut auf der Waffe. Jetzt kriegst du mal Erdhände. Oh, Erdhände. Oh, okay. Danke. Jetzt pushst du mich ja richtig auf. Jo, danke. Mach so schon Pornfunkkarten. 49, 49, 46. Und wir drohen nicht ab. Okay. Wow, überhaupt ein Schaden. Ja. Einmal. Auf pushen lohnt sich. Ja, vielen Dank. Eine Sache. Oh. Wieder erbeben. Mit ne Golden Statur. Yay. Auf pushen lohnt sich. Okay. Speichern. Und zwar. Stone. Wow. Wir kommen ja heute richtig gut voran. Hm. Oh. So, was haben wir noch so zum rausputzen? Eine Vogelkralle. Äh, was sehe ich da alles? Chargins Schuppe. Genau. Und? Und ein Schleimauge. Ja. Chargins Schuppe. Okay. Da war wieder ne Nobtenzone. So. Vogelkralle. Chargins Schuppe. Intelligenz im Geist drauf. Oh. Agilität drauf. Uh. Du kriegst noch ein bisschen Agilität, Freund. Jo, danke. Ausweichung drauf. Yeah. Na super. Oh geil. Das ist die Amazone. Äh. 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 Witt. Machen wir mal. Dieses Mal. Bissl. Witt. Äh. 246. Genau. Ah. Nämlich einfach. Wie das nicht schluss. Ey. Das gibt's nicht. So. Wow. Hast du Scheiß gerade gesehen? Auf jeden. Auf jeden. Was? So scheiß. Nein. Wir könnten eigentlich mal die ganzen. Oder was machen wir noch so haben an Zeug für irgendwelche. Für irgendwelche Dinge mal aufheben. Für das schon hier. Ja. Für Rossa und so. Da wollten wir uns halt die bisschen aufpushen im Schwein. Und dann machen wir die weg. Sollen wir mal die ganzen anderen Rotze raushauen. Das ist ja heute eigentlich eine. Eine. Schlankkralle. Und jetzt zum Beispiel wieder irgendeine. Wir machen mal eine Flammenmünze. Und mal gucken wir was mal. Hier Boto. Botoöl. Und von der Mama Boto. Jo. Mal gucken wir mal wo das hier ist. Ja. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Ja. Das. Das. Der Weg war. Feuermünze. Halt. Da ist schon. Und HP Erholung. Oh ja. Feuer Magie. Flammenmünze. Ja. Das ist so. Geil. Und. Wow. Oh 90. 90. Ja. Wir sind damit sehr zu drehen. Ja. So. Ja. Ja. So. So. Dieses Mama Botoöl können wir aber behalten. Für eventuelle Notfälle oder so. Weil das macht alles voll. Also das ist auch ein Heileiz. Und das Botoöl macht auch alles. Macht auch hier. Stattest du einmal weg. So. Spektors Auge. Guck mal nochmal. Was das ist. Und dann. Dornwespen Auge. Und. Und. Nehmen wir den Schiefer. Traumkraut. Und ich. Nehmen wir einen. Moment. Nein noch. Ja. Dann haben wir es erst mal. So. Ok. Oh. Na ganz spontan. Wie sieht. Spezialattacken Blockade. Giftangriff. Oh ja. Pulto. Giftangriff. Genau. Vergiftet. Super. Unheilung. Oh. Gegengift. Und tot. Ja. Gegengift und tot. Das war gut. Das war sehr gut. Spezialangriff. Und nochmal. Ich finde das so krass. Jetzt sehen wir mal. Spezialangriff hintereinander. Geht so ab. Aufgekickt. Oh Schoki. Na du. Sehr gut. Gehen wir her damit. Oh eh noch ne. Eh ne Qualle. Und nicht mal ja noch. Und den Knopf gezogen. Und äh. Pulto. Pulto du wirst sterben. Pulto. 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 Alles verstehe. Äh. Ganz schön blöd an. Genau. Und darum was machen. Okay ich glaube wenn sie immer weben sind wir wohl auf den richtigen Weg glaube ich. Ja. Pulto. Ja aber wir machen die trotzdem mal ganz schnell. Ach doch. Heido. Hoffentlich können wir auch mal bezahlen. Das wäre super. Pulto. Einmal. Zweimal. Feuerregen. Nein. Nein du machst jetzt kein Feuerregen. Doch. Doch. Aber wenn nicht der Gegner. So. Yay. Super. Okay. Dann müssen wir doch nach unten. Hallo Pulto. Pulto Pulto. Ah. Heilung. 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 Gegen Heilung hat es aber was. Boah das hier. Hallo Gegner. Oh. Oh. Nochmal Heilung. Mann ich. Die regen mich langsam aus. Ganz ehrlich. Höllen Aura. Neuuu. 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 Und. Go. Boom. Wir enden da. Wir enden da. Bitteschön. Oh die kämpft gerade mit der Quad. Bitteschön. Ja da oben jo. So. 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 OH Bott,им Tug. Eest. Dew. Oh, dreimal spitzallangriff. Dein kick. Schoc Pollte. Der Schoki. Verbrauchte wieder halten. Oh. Dann enden hier wieder zurück. So. Hm. Erstmal den Pulto. Liedern. Kulta 3 134 Top copy. 办. Ok, gut. Oh. Ja, da müssen wir erstmal... Oh, ne. Hexenverzüglich. Lalalala. Oh, ganz knapp. Bonbon und Pfeiler. Yeah. 35. Ok. Oh. Oh. Geht ab. Ok, der ist schonmal tot. Jetzt die Quale. Jaaau. Wumms. Damn. Oh, oh. Stuck, stuck, ist nur tot. Super. Oh. Harte Kessel. Quale. Okay. Das ist ganz neus. Geht ab. Okay. Dann immer noch ne. Westen, siehle. Äh, das hast du hier gekickt, Qualenöl? Äh, ne. Spett, los, äh. Oh, ne. Sopfortige Spitzarttake. Achso. Spitzarttake. Wehe. Spitzarttake-Pokade. Bee... Du kannst sofort die Spitzarttake ausschauen. Also, wenn du ein u-nul bist, hast du dann gleich alle vier Wolken voll. Könnte man eigentlich für einen Boss aufheben oder was? Genau. Wenn man einen kleinen Spezialfackel raushauen kann. Genau. Schluck, schluck. Moment. Wow, 44. Wow. Das ist schon krass. Ich genehmigte ihn nur mal. Jason. Jetzt, wenn wir das jetzt hier an der Hand packen. Gibt es noch ein bisschen Schaden oben drauf? Oh ja, wir haben ein Auto. Komm her. Na, der Moto kriegt doch keine Achse ins Gesicht, weil sie nicht hier im Inventar ist. Ich würde gerade eine Achse ins Gesicht hauen. So tot. Vielen Furcht-Erfahrung hat er gegeben, was? Gott. Ach, ein Dreiererfahrung. Na, das ist Rüsternstab, ne? Schluck, schluck. Schluck, schlecht. Vielen Furcht-Erfahrung. Sind wir hier auch mal bald durchs mit der Hühle? Das ist richtig so. Ja, und Botto. Oh. Da kann ich wundert dich. Dann geht die, klar. Lass ist echt nicht zu schnell. Fuß, Fuß, um Zeit. Ja, danke schön. Dann ist es für die Qualle. So, Qualle weg. Bäm. Und lebt. Gut, sieh. Drei Wege haben wir jetzt zur Ausweis. Wutdo. Und ich muss mich mal ganz kurz halten. Na, warum? Yes, 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 yes. Sehr gut. Und so fort die Superattacke auswirkt. Das ist mal was, das zehnmal Superattacke. Zweimal hintereinander. Vielleicht ist das so ein Zufallzweck. Manchmal krieg ich ja dreimal Superattacke ineinander. So, Qualle. Deswegen, deswegen sag ich es ja. Kannst mal stehen bleiben, Exe. Danke. Tot, 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 tot. Und Stuck, Stuck. 47. Ach, wie toll. Da unten. Oh, doch. Oh, Foto. Bäm. Oh, 78. Ja, okay. Warten hat sich wieder relativiert. Okay. Ja. Die regen schon aus, Fotos. Na, komm. Na, komm. Zack. Bäm. Ja, toll. Ein sehr wohl Verschminderung. Nur lecker. Na, komm. Bäm. Bäm. Ganz schön große Höhle. Oh, ja. Oh, sag doch. Das hat eine Ritteracke. Aber wenn man 60 ist, ist es von der Raps heran. Ja. Yay. Yay. Gupi. Ey, Geist, kannst du erstmal nicht. Dann... Intelligent. ...gegen. Genau. Macht mehr Schaden bei den Zaubersprüchen. Genau. So, von Sieg. Und die nehmen wir auch mal mit. Und Belohnen. Sehr gut. Okay. Uuuuh. Einfach mal hier lang. Genau. Ah ja. Oh, ja. Hey, hey. Die Konflikte ruft schnell. Geile. Oh, geile. So, klar. Spar schon. Gehen wir los. Da oben, ne? Ja. Da oben. 18,9. Sehr gut. Da oben, da oben. Da oben.